Alles klar, das Geschichtsdeck. Yippie, mit Joey gegen Waxwapter und sein Dino-Deck. Da bin ich jetzt ja mal echt gespannt. Also die Duelle an sich finde ich ja gar nicht schlecht. Aber echt, wie die Story erzählt wird, boah, alter Vater. Also jetzt mal von Grammatik und Komma und Sitzung und was nicht alles gesehen. Abgesehen ist das... Oh Gott, was hat er denn hier? Wilden Sumpfkampf, Lavakampf. Ja, die brauchen aber jeweils ein Tribut. Der braucht auch ein Tribut. Okay. Hilft dir nichts. Kuhi Kutschi. Auch wenn 1500 gegen Dino-Deck. Ähm, mal gucken. Ah, shit. Ich hab's geahnt. Kriechtrache Nummer 2. Fuck. Okay, das Ding aktivieren, aber zack. Hm, okay. Zwei aus meiner Hand ablegen. Erhöht Attack und Defense aller Monster vom Typ Ungeheuer Krieger und Krieger. Mhm. Das heißt, die kriegen... Der kriegt 2000. Okay, das heißt... Ähm, du kommst weg. Ah. Reduziere die Stufe aller Monsterkarten bis zur Endphase um zwei. Puh. Ah, shit, shit, shit. Und... Der. So. Dann, verringerter Preis, beziehungsweise Kosten verringern heißt sie. Wirf eine Karte ab. Ah. Komm, den Zeitzauberer. So, und damit kann ich ihn jetzt normal beschwören. Dann aktivieren wir noch das. Moment. Okay, 1, 6, 2000. Und ich hoffe... Okay, ich kann nur keinen Angriff deklarieren. Dafür habe ich jetzt aber nur noch ein Monster aufhand, das ich nicht ausspielen kann, weil ich dafür ein Monster opfern muss. Puh, oh, fuck. Oh. Gott sei Dank. Ja, na klar. Oh. Was ist denn das für ein Deck? Mann. Nur Stufe 5, Monster. Nein. Nein. Ich bring dich um. Oh. Alter. Rache. 1200. Versuchen wir es. Vielleicht übernimmt er bis nächste Runde. Dann kann ich, äh, ihn, ihn hier beschwören. Puh, Junge, Junge, Junge. Nein, mach keinen Scheiß. Oh, ja. Moment, diese... Moment, das ist ein Sumpfkämpfer und ich brauche den Lava-Kampfwächter. Okay. Ein Monster als Tribut. Yep, und zwar Babydrache. So, jetzt erhöhen sich die Attack-Punkte nochmal jeweils um 500. Das sind 25... Ah, 4750. Ein Monster kann ich nicht mehr beschwören. Okay, jetzt brauche ich auf jeden Fall schon ein bisschen mehr, um mich zu besiegen. Yes, das war's. Tschüss, Wex. Hm. Ja, komm. Einfach, weil ich's kann. Battle Phase. Zack. Genau auf Null. Yeah, Baby.